Nachdenkseiten Die kritische Website Dahinter stecken manipulierte Leser. Leser, die sich für etwas Besonderes halten. Ein Artikel von Albrecht Müller Leser der Frankfurter Allgemeinen sind schon etwas Besonderes. Jedenfalls glauben sie das. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Sie werden besonders brutal manipuliert. So auch wieder am vergangenen Wochenende auf der Frontseite mit der Titelgeschichte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Die Bewährungsprobe des Westens. Unterzeile, wenn Putin siegt, wird er zum Hegemon Europas. Nur die Nordatlantische Allianz kann das verhindern. Autor Konrad Schuller. Ein tolles Stück. Die USA haben Militärbasen in vielen Ländern Europas. Alleine in Deutschland so zentrale Einrichtungen wie Ramstein und Grafenwöhr. Diesen Tatsachen zum Trotz kann man den FAS-Lesern das Märchen als Wahrheit verkaufen. Der Präsident Russlands, namentlich Putin, werde demnächst zum Hegemon Europas. Hauptziel des Beitrages ist es, Stimmung gegen ein Kriegsende, gegen einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden in der Ukraine zu machen. Märchengeschichten kann die Frankfurter Allgemeine ihren Lesern erzählen, weil diese eben keine klugen Köpfe, sondern ausgesprochen leicht manipulierbar sind. Das belegen die hier wiedergegebene Frontseite der letzten Wochenendausgabe und der Blick auf andere Artikel. An folgendem Beispiel ist gut erkennbar, wie die Gängelung der Leser funktioniert und welche Methoden der Manipulation eingesetzt werden. Vermutlich werden Sie Menschen in Ihrem Umfeld kennen, die FAZ oder FAS lesen und das perfekte Werbemärchen Glauben hinter diesem Blatt stecke ein kluger Kopf. Der Aufmacher vom vergangenen Wochenende ist gut geeignet, um die Glaubwürdigkeit des Blattes zu erschüttern. Lassen Sie uns also den Artikel auf fragwürdige Aussagen überprüfen. Anmerkungen zum manipulativen Gehalt des Titels der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 7. Mai 2023. Titel Die Bewährungsprobe des Westens 1. Zitat FAS Russlands Winteroffensive in der Ukraine ist gescheitert. Zitat Ende Gleich im ersten Absatz führt der Autor ein wichtiges emotionales Beiwerk ein. Die Botschaft, Russland sei am Verlieren, seine Offensive sei gescheitert. Wir wissen nicht, ob diese Einschätzung richtig ist. Die FAS weiß das. 2. Zitat Zugleich kündigt die Ukraine einen neuen Vorstoß an. Manche Fachleute sagen, mit den jüngsten Angriffen auf russische Nachschubzentren habe die Offensive schon begonnen. Die Aussichten sind nicht schlecht. Zitat Ende Typisch für alle manipulierenden Medienprodukte Die Berufung auf Fachleute, auf Experten. Ohne Beleg. Einfach so. 3. Zitat FAS Die ukrainische Armee hat vom Westen einiges an modernen Waffen bekommen und aus den Erfolgen des letzten Jahres hat sie gelernt, wie man Russen besiegt. Zitat Ende Das ist die oft zu beobachtende Personalisierung des Konfliktes. Nicht von Russland wird geschrieben oder gesprochen, sondern von die Russen. Wie man Russen besiegt. 4. Zitat So oder so hat der amerikanische Geheimdienstdirektor Averill Haynes recht, wenn er sagt, Russland sei im Augenblick so geschwächt, dass es in diesem Jahr nicht wieder angreifen könne. Zitat Ende Diese Behauptung wird nicht durch Fakten belegt. Der Autor beruft sich auf einen US-amerikanischen Geheimdienstexperten. 5. Im weiteren Verlauf wird dann die Gefahr des schmerzhaften Patts eingeführt, Die Demokratien des Westens würden in die Versuchung geraten, sich an den Sitzkrieg einfach zu gewöhnen, so die FAS. Das ist die Bewährungsprobe, von der im Titel des Frontartikels die Rede ist. 6. In diesem Absatz wird behauptet, Deutschland wurde damals durch die Gaspipelines in der Ostsee zum Hauptsponsor des neuen russischen Faschismus. Das mutet die Frankfurter ihren Lesern zu. Der neue russische Faschismus. Die Gaspipelines hatten keinerlei Vorteil für uns und dienten nur Russland? Und damit das so richtig klar wird, greift das Blatt zu der Übertreibung, wir hätten mit den Ostsee-Pipelines den neuen russischen Faschismus finanziert. Im nächsten Absatz werden die Leser davor gewarnt, mit ihrer Wachsamkeit nachzulassen und aus diesem Grund eventuell der Versuchung zu verfallen, das knappe Geld lieber in andere Projekte zu stecken als in Waffen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 7. Es wird behauptet, solange, Zitat, Kein Beleg. Nichts. Einfach nur ein Etikett auf der Basis einer maßlosen Übertreibung und einer falschen Darstellung der historischen Abläufe. Der russische Präsident Putin hat noch im Jahre 2001 weitreichende Angebote für eine Zusammenarbeit von Wladiwostok bis nach Lissabon gemacht. Er durfte im September 2001 im Deutschen Bundestag reden. Die Verteufelung dieses Mannes ist danach eingeführt worden. 8. Zitat FAS Das aber könnte auch ihre Beistandsversprechen nach innen entwerten. Allen voran den Artikel 5 des NATO-Vertrages, in dem sich die Alliierten versprechen, Angriffe gegen jeden Einzelnen als Angriff gegen sie alle anzusehen. Die Verbündeten könnten dann auseinanderlaufen wie Hühner, wenn der Habicht kommt. Manche könnten Sonderdeals mit Amerika suchen, andere mit Russland. Einige würden vielleicht nach der Atombombe streben. Zitat Ende. In diesem Absatz wird die Entwertung des Beistandsversprechens nach Artikel 5 des NATO-Vertrages konstruiert. Und es folgt die Prognose für die De-Facto-Auflösung der NATO. Die Verbündeten könnten dann auseinanderlaufen wie Hühner, wenn der Habicht kommt. Das sind abstruse Behauptungen nach dem Motto, es wird schon etwas hängen bleiben. 9. In diesem Teil wird die Behauptung aufgestellt, Putin könne am Ende seines Lebens der mächtigste russische Führer seit Stalin werden und sich den Zielen zuwenden, die er seit Jahrzehnten verfolgt. Dazu gehöre die territoriale Wiederherstellung der Sowjetunion und ihres Machtbereiches aus Zeiten des Kalten Krieges und, Zitat, die Verdrängung Amerikas aus Mitteleuropa und vielleicht vom ganzen Kontinent, Zitat Ende. Solch abstruse Behauptungen kann man den Lesern der Frankfurter zumuten. Das ist schon beachtlich und spricht dafür, dass der Werbespruch der Frankfurter vom klugen Kopf, der dahinter stecke, die Wirklichkeit auf den Kopf stellt. 10. Zitat FAS Wenn es dann gelungen ist, Russland so zu schwächen, dass die Front irgendwo erstarrt, weil es nicht weiter angreifen kann, müssen sie dafür sorgen, dass Putin das alte Spiel von Pause, falscher Waffenruhe und neuem Krieg nicht wieder aufnehmen kann. Konkret, die Ukraine muss genug Geld und Waffen bekommen, um konventionelle russische Angriffe dauerhaft abschrecken zu können. Also viel mehr als jetzt. Zitat Ende. Behauptungen über das angebliche Spiel von Putin enden in der Empfehlung zur Abschreckung mit mehr westlichen Waffenlieferungen, also viel mehr als jetzt. 11. Die Ukraine brauche einen nuklearen Schirm durch die NATO, also müsse die Ukraine in die NATO aufgenommen werden. 12. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO würde die Sicherheit des Bündnisses nicht gefährden, sondern festigen. Nur unter dem Schirm der Allianz könne die Ukraine helfen, die Rückkehr des russischen Imperiums in die Mitte Europas zu stoppen. Das ist unglaublich, was man den Lesern der Frankfurter zumuten kann. Und 13. Olaf Scholz habe zu viele Pazifisten in seiner Partei. Donnerwetter. Kennen Sie einen oder eine Pazifistin in der SPD? Fazit. Es ist unglaublich, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihren Lesern zumutet. Und es ist noch unglaublicher, was sich die Leser und Leserinnen dieses Blattes bieten lassen. Doch machen Sie sich selbst ein Bild. Hier finden Sie einen Überblick über Beiträge des Autors Konrad Schuller seit dem 5. April 2023. Am 24. schrieb er, Kritik an Putin, die Tyrannis in Russland geht alle an. Ein Kommentar von Konrad Schuller. Wenn Russlands Justiz Putins Kritiker bedrängt, ist das keine innere Angelegenheit. Angriffe gegen Dissidenten sind oft zugleich Angriffe gegen westliche Länder. Denn Tyrannen müssen Demokratien hassen. Am 24. April 2023 erschien der Artikel Nazis und Leoparden, die Panzer von Ischium. In einer kleinen ukrainischen Stadt trinkten die Männer oft Deutschlands Leoparden. Vom Terror der Nazis vor 80 Jahren will hier keiner mehr etwas hören. André hatte nachgeschenkt. Jetzt war der Vorsitzende des Kreisrates dran. Er hob sein Glas und schwieg, bis alle schwiegen. Der Polizeioberst im Ruhestand André's Freund Juri und ich. Der letzte Toast war auf die Panzer gegangen, die Deutschland der Ukraine geschickt hat. Und der nächste musste noch besser werden. Auf die Deutschen, sagte der Kreisratsvorsitzende also. Auch auf die von damals, im Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja auch Gute. Manche haben unseren Kindern sogar Bonbons gegeben. Zitat Ende. Am 10. April 2023 schrieb er den Artikel Ukrainische Armee. Linke Soldaten verstehen die deutschen Genossen nicht. Lastiva und Jan sind Anarchisten und Soldaten im Kampf gegen Russland. Dass die Deutsche Linke ihnen nicht helfen will, können sie nicht verstehen. Am 7. April schrieb Konrad Schuller Russische Gefühlspolitik. Putins Botschaft ist, wir sind Opfer, nicht Täter. Die Historikerin Ute Frewart erforscht Gefühlspolitik und sie sagt, die Meister sitzen in Moskau. Ihre Mittel sind Demütigung, Angst und enttäuschte Liebe. Und am 5. April veröffentlichte Konrad Schuller den Beitrag Besuch in der Ukraine. Habeck fordert Sanktionen auf russisches Uran. Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht sich für ein Verbot von Uranimporten aus Russland aus. Länder nennt er nicht beim Namen, aber ein Verbot würde unter anderem Frankreich und Ungarn treffen. Und so weiter und so fort. Agitation in kurzen Abständen. Fällenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020